Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jahrelang war bei GOP ein rotes Herz stellvertretend für feine und preiswerte Bisküi. Sie alle kennen vermutlich das Arni-Herz, wo übrigens auch zahlreiche Freunde von guter Schokolade zur Liebe Gewohnheit geworden ist. Jetzt hat man aber gefunden, es sei mal Zeit für einen Wechsel. Und das fröhliche Signet wird in Zukunft für die bewährte Arni-Qualität garantieren. Der Signet-Wechsel hat aber auch ganz einen konkreten Grund. Jetzt gibt es nämlich neu eine Premiolinie von Arni mit besonders feinen Confiseur-Biskuits, wie das Choco-Medei, das Rigolo, das Coeur de Lisse und ganz neu das Engadina, was von Arni-Confiseur nach einem Spezialrezept aus den Bündnerbergen aus aller feinsten Zutaten entwickelt worden ist. Das zarte Honig-Nuss-Gebäck wird mit einer Baumnuss-Garamell-Creme gefüllt und mit knusprigem Krokant bestreut. Und wie man sieht, auch immer wieder kritisch geprüft und degustiert. Offenbar sind die Confiseur von Arni mit einem Ergebnis zufrieden. Ihre Biskui werden zwar ohne das alte Herz, aber eben immer noch mit viel Liebe backen. Biskui sollte man nicht, Käse hingegen muss man lagern und je nach Sorten sogar recht lang. Dann wird er von Tag zu Tag immer besser, mürber und aromatischer. Beim Old Emmentaler, bei Gop wird er in Bedienung angeboten, kann man das besonders gut feststellen. Die ausgesuchten Käselaib werden in 30 Meter Tiefe in einem alten Felsenkeller bei optimaler Temperatur und Feuchtigkeit Natur gelagert und pflegt. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Trockenlagerung trocknet der Käse nicht aus und hat eine weniger dicke Rinde. Und da sieht man jetzt auch gerade, wie so der Käse Old Emmentaler heisst. Durch die Lagerung im feuchten Felsenkeller bekommt die Rinde eine Patina und wird fast schwarz. Für einmal also ein gutes Zeichen, wenn man schwarz sieht. Es bedeutet nämlich bessere Käsequalität. Die Qualität bedeutet auch die verschiedensten Markenartikel, die Sie in unseren Läden kaufen können. Absolut himmlische Eiscreme. In wunderbar feinem Karamell. Und eingekühlt in die beste Milchschocci. Das ist der Mars Ice Cream Snack. Mars kann man nicht übertreffen. Aber Eiscreme schon. Mars Ice Cream. Einen frischenden und bei Goop wegen dem Aktionspreis gerade auch noch einen erschwinglichen Genuss. Einen weiteren bekannten Markenartikel, den wir Ihnen diese Woche vergünstigt anbieten, sind Kellogg's Corn Flakes. Entschuldigung, wie war es denn bei Ihnen? Ich war weg. Einfach so? Nein, natürlich nicht. Aber stellen Sie sich einmal vor. Zum ersten Mal am frühen Morgen. Die goldigen Flakes, so knusprig und frisch. Einfach natürlich. Schmöcke mir immer wieder. Kellogg's Corn Flakes. Einfach natürlich. Jedes Mal so gut wie das erste Mal. Wenn Sie regelmässig den Serap von Goop ansehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann wissen Sie, dass man beim bewussten Einkauf bei uns jede Woche 20 bis 25 Prozent einsparen kann. Gerade anschließend wieder ein paar Beispiele von Artikeln, die Sie bestimmt gut brauchen können. Sechs Kiwis aus Neuseeland kosten bei Goop nur 1,80. Und 100 Gramm Gruyère, mild, offen oder verpackt, nur 1,50. 5 Tafeln Geie-Schocki bekommen Sie für nur 6,25. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Textar-Kinderjacke in modischer Farbe für ganze 49 Franken. Dazu gibt es gerade noch die passenden Kinderjeans für unglaubliche 19 Franken. In letzter Zeit haben uns verschiedene Konsumentinnen angefragt, ob es den Goop Orangensaft nicht mehr gäbe. Offenbar hat es wegen der Umstellung auf die neue Verpackung gewisse Unsicherheiten gegeben. Den Goop Orangensaft gibt es natürlich auch weiterhin. Er heisst jetzt aber mondial und wird nach einem besonders schonenden Verfahren in die neue Packung abgefüllt. Die ausgezeichnete Qualität und der fruchtige Geschmack bleiben so noch besser erhalten. Ich persönlich finde die neue Orangensaft-Packung ganz nebenbei auch noch viel schöner. Mit diesem Beitrag sind wir am Schluss für heute. Falls Sie sich mit einem Stellenwechsel befassen, eine Lehrstelle suchen oder sich generell für eine abwechslungsreiche Beschäftigung interessieren, kann ich Ihnen das Goop Inforama vom nächsten Mittwoch jetzt schon empfehlen. Auf Wiedersehen miteinander!